In diesem Video zeige ich euch, was truthy und falsy Werte sind. Öffnet die Konsole. Wenn ihr überprüfen wollt, ob eine Zahl gerade oder ungerade ist, dann könnt ihr das so machen. If und dann die Zahl, die ihr überprüfen wollt, modulo 2, dann alert ungerade, ansonsten als alert gerade, das hatte ich ja schon mehrmals gezeigt. Die Sache ist, dass beim if man eigentlich ein true oder false hier in der Bedingung haben muss, aber 10 modulo 2 ergibt 0 und das ist weder true noch false. Auch wenn ich eine andere Zahl nehme, eine ungerade, kommt 1 raus und wenn ich das hier im if als Bedingung nehme, kommt auch da das richtige Ergebnis raus. Das heißt, was ist da los? In JavaScript gibt es das Konzept von truthy und falsy Werten. Das bedeutet, dass ein Wert nicht true oder false ist, aber irgendwie schon. Er wird als true oder false angenommen. Und dadurch funktioniert das, dass man im Grunde jeden Wert in so eine if-Bedingung schreiben kann, egal ob das ein boolscher Wert ist oder ein String oder eine Zahl oder sonst was. Es wird alles als true oder false angesehen. Und das ist sehr wichtig zu verstehen, damit es nicht dadurch zu Fehlern kommt. Bei Strings werden alle nicht-leeren Strings als true gewertet und alle leeren Strings als false. Bei Zahlen werden alle Zahlen außer 0 als true gewertet und 0 und dieser Wert not a number als false. Das heißt, das erklärt, warum das eben funktioniert hat mit der Modulo-Operation, obwohl das kein true oder false ergeben hat, aber dadurch, dass 0 als false angesehen wird und alle anderen Zahlen als true, hat diese if-Anweisung da zum richtigen Ergebnis geführt. Der dritte Typ von Wert, den wir bisher hatten, war undefined und definiert und alle undefined Werte und definierten Werte werden als false gewertet. Das Wissen können wir jetzt mal hier anwenden, um das mal auszuprobieren. Wenn ich jetzt hier einfach nur einen leeren String mache, dann springt das in den else-Teil und es kommt gerade raus, also weil im else-Teil steht gerade, und sobald ich auch nur ein Zeichen in den String schreibe, kann auch ein Leerzeichen sein oder was auch immer, springt das in diesen ersten Teil, wo ungerade drinsteht und gibt das aus, weil der String halt nicht mehr leer ist. Dasselbe auch mit Zahlen. Wenn ich hier 0 reinschreibe, das hatten wir ja auch schon, dann springt das wieder in den else-Teil und es kommt gerade raus. Wenn ich irgendwas anderes reinschreibe, zum Beispiel auch minus 1, dann springt das in den ersten Code-Teil oder ich kann auch Kommazahlen nehmen, 0,5 zum Beispiel. Es ist egal, Hauptsache es ist nicht 0. Jetzt will ich mal was ausprobieren. Wir hatten ja schon mal dieses Prompt, um ein Eingabefenster zu öffnen und das will ich mal jetzt machen, geben sie eine Zahl ein und dann überprüfe ich, ob diese Zahl gerade ist. Das heißt, das hat dann quasi so eine Art interaktive Komponente, oder halt der Benutzer hat jetzt eine Möglichkeit, das zu überprüfen, also es kommt dieses Eingabefenster und dann kann ich irgendeine Zahl angeben, zum Beispiel 20, und es kommt raus, die Zahl ist gerade. Oder wenn ich jetzt 21 eingebe, dann kommt raus, die Zahl ist ungerade. Allerdings, wenn ich jetzt hier irgendwie hallo eingebe, dann kommt raus, hallo ist gerade. Was ist hier jetzt passiert? Der hat jetzt den String hallo genommen und das mit Modulo 2 gerechnet und da kommt nan raus, also not a number, keine Zahl. Und wie ich ja eben gezeigt hab, ist nan auch ein falsy Wert, also ein Wert, der für false, für falsch gehalten wird. Statt dass das hier abbricht und sagt irgendwie, hier stopp, Moment, da ist was falsch, es ist ein Fehler, macht er also weiter und springt hier in diesen else-Teil und gibt dann gerade aus. Obwohl natürlich hallo weder gerade noch ungerade sein kann, es ist halt keine Zahl. Und genau deswegen meinte ich nämlich, dass es so wichtig ist, zu wissen, dass es diese truthy und falsy Werte gibt, weil es ansonsten zu solchen Fehlern hier kommt. Was können wir also tun, um solche Fehler zu vermeiden? Wir müssen überprüfen, ob das, was der Nutzer eingibt, tatsächlich eine Zahl ist. Wenn das nämlich keine Zahl ist, dann müssen wir dem Nutzer sagen, dass er bitteschön eine Zahl eingeben soll. Und nur wenn es eine Zahl ist, dann können wir überprüfen, ob die Zahl gerade ist oder nicht und dann jeweils das ausgeben, ob die Zahl gerade ist oder ungerade. Wie kriegen wir das hin? Das wisst ihr zum größten Teil selbst, es gibt nur eine Sache, die ich euch zeigen will und das ist die Funktion is not a number. ist na n, runde Klammer auf, da schreibt ihr dann irgendwas rein, zum Beispiel eine Zahl, runde Klammer zu, und das gibt euch als Bullschen-Wert zurück, ob das nicht eine Zahl ist oder nicht. Also sprich, wenn es keine Zahl ist, dann gibt es true zurück und wenn es eine Zahl ist, dann gibt es false zurück. Hier ist jetzt das mit einer Zahl getestet, jetzt teste ich mal irgendwie einen String und jetzt gibt es zurück true, es ist keine Zahl. Das ist alles, was ihr wissen müsst, den Rest kennt ihr aus der bisherigen Videoserie, jetzt könnt ihr das Video hier mal pausieren und überlegen, wie man das umsetzen kann, dass man guckt, ob die Eingabe eine Zahl ist oder nicht und daraufhin dann, ob, wenn es eine Zahl ist, die gerade ist oder nicht. Und wenn der Nutzer keine Zahl eingegeben hat, dass man dem Nutzer dann Bescheid sagt. Pausiert, wie gesagt, dieses Video und ansonsten erkläre ich jetzt, wie es funktioniert. Fangen wir mal an. Was müssen wir zuerst überprüfen? Müssen wir zuerst überprüfen, ob es eine gerade oder eine ungerade ist oder ob es eine Zahl ist? Natürlich müssen wir zuerst überprüfen, ob es eine Zahl ist, weil ansonsten brauchen wir gar nicht erst zu überprüfen, ob es gerade ist oder ungerade, weil wenn es keine Zahl ist, kann es nicht gerade oder ungerade sein. Das heißt, zuerst gucken wir, ob die Eingabe, geben sie eine Zahl ein, eine Zahl ist oder nicht. Ist na n gibt, wie gesagt, true zurück, wenn es keine Zahl ist, d.h. hier im ersten Codeblock müssten wir dann sagen, dass der Benutzer eine Zahl eingeben soll. Also, bitte geben sie eine Zahl ein, Ausrufezeichen. Probieren wir es mal. Geben sie eine Zahl ein. Ich gebe mal a ein. Bitte geben sie eine Zahl ein. Das funktioniert schon mal. Probieren wir es mal jetzt mit einer Zahl. Da kommt jetzt kein zweites Dialogfenster, weil erkannt wurde, dass das eine Zahl ist. Das heißt, das wäre jetzt in den else-Teil gesprungen, der noch nicht da ist, aber den können wir jetzt schreiben. An dieser Stelle wissen wir jetzt hier im else-Teil, dass die Eingabe eine Zahl ist. Das heißt, hier müsste nun die Abfrage rein, ob die Zahl gerade ist oder nicht. Aber wir haben ein Problem. Wir haben jetzt die Eingabe hier nicht mehr. Das heißt, bevor wir das machen, müssen wir erst mal die Eingabe in einer Variable entschreiben. Das heißt, wir machen zuerst eine neue Variable, sagen wir number, und dort kommt dann der Rückgabewert von prompt rein, zum Beispiel 5, und erst daraufhin überprüfen wir dann, ob der Wert von number nur eine Zahl ist und jetzt kann auch die Überprüfung stattfinden, ob der Wert von number gerade ist oder ungerade. alert ungerade oder ich kann das auch ausführen, die Zahl number ist ungerade und ansonsten ist die Zahl number gerade und wenn ich stattdessen a eingebe und das ausführe, kommt bitte geben sie eine Zahl ein und wenn ich 10 eingebe, dann kommt die Zahl 10 ist gerade. Dadurch haben wir jetzt also die Aufgabe erledigt und überprüfen hier die Eingabe des Nutzers, was ihr übrigens, wenn ihr wirklich so in Richtung irgendwie Softwareentwicklung oder sowas geht, ihr solltet generell halt die Eingaben des Nutzers erstmal validieren, bevor ihr die weiterverarbeitet, halt genau wie wir es hier gemacht haben, damit es nicht zu Fehlern kommen kann. Was ich jetzt vorhabe, ist die nächste Aufgabe, die sich auch bis ins nächste Video erstreckt, und zwar festzustellen, ob eine Zahl in einem bestimmten Bereich liegt. Zum Beispiel, ob eine Zahl zwischen 0 und 100 liegt. Wie kann man das feststellen? Wir können überprüfen, ob die Zahl größer als 0 ist, das heißt dann wäre schon mal sichergestellt, dass sie über 0 ist und dann, ob sie unter 100 liegt. Und wir geben aus, die Zahl number liegt im gewünschten Bereich. Und ansonsten soll ausgegeben werden, die Zahl liegt nicht im gewünschten Bereich. Schauen wir uns das mal an. Die Zahl 10 liegt im gewünschten Bereich. Und jetzt, wenn ich die Zahl auf 200 setze und das Ganze nochmal ausführe, dann kommt, und die Zahl liegt nicht im gewünschten Bereich. Sehr schön! Testen wir das auch mal mit einer anderen Zahl, zum Beispiel minus 5 und es erscheint gar nichts. Wie kommt das jetzt? Wir haben nur bei dem else von number kleiner 100 angegeben, dass das hier ausgegeben werden soll. Das heißt, nur wenn die Zahl über 100 ist, wird das ausgegeben, aber minus 5 ist unter 0 und hier haben wir keinen else-Bereich. Das heißt, das können wir noch ändern und wir hängen einfach diesen else-Bereich hier an. Und jetzt bekommen wir auch die Ausgabe, dass minus 5, die Zahl liegt nicht im gewünschten Bereich, also nicht im gewünschten Bereich liegt. So. Jetzt haben wir das Ziel erreicht, aber es ist schon ein bisschen nervig. Angenommen wir wollen den Text hier ändern, zum Beispiel, dass wir jetzt hier auch reinschreiben wollen, die Zahl number liegt nicht im gewünschten Bereich, dann müssen wir das jetzt immer zweimal machen. Die Zahl number liegt nicht im gewünschten Bereich, die Zahl minus 5 liegt nicht im gewünschten Bereich. Das ist nicht so toll, wenn man alles doppelt machen muss. Viel besser wäre es eigentlich, wenn man gar nicht erst so ein verschachteltes if bräuchte, also wenn man einfach nur ein einziges if haben könnte, irgendwie so, dass man dann if number größer 0 und number kleiner 100, dann alert das hier, ansonsten alert das hier und dann bräuchte man das hier gar nicht. Funktioniert das? Nee. Es kommt zu einer Fehlermeldung. Wie man das hier hinbekommt, das zeige ich euch im nächsten Video, da geht es um logische Verknüpfungen. Um das zu sehen, klickt hier ins große Feld in der Mitte oder, falls ihr dieses Video in einer Playlist seht, zum Beispiel bei css3html5.de, bleibt einfach dran.